Er rutscht runter! Danke, du denkst fürs retten! Noma, Noma, Anime-Fan! Oh, mach mir nix! Mach mir nix! Noma, Noma, Anime-Fan! Schiebe ihn! Ja! Ja! Nein! Nein! Wow! Der, die legt an! Einen wunderschönen guten Hallo meine Freunde und sein Herz Willkommen! Heute gibt's wieder ne gediegene Runde Sumo! Heute gibt's wieder auf den Schneetower! Illusos gemeinsam gegen Ares und Anime-Fan! Hallöchen! Einen wunderschönen guten Tag! Hallöchen! Wie klein ist das Ding? Hallo, Mucacho! Das ist nüsselkraulen! Das is, was Marvin immer hört, wenn er sich zu seiner Frau legt. Hallo! Ja, wir haben hier den Brutus! Oha! Wenn der Spaß noch da ist für weitere Dinge, dann äh... Weck mir den dann! Das ist aber auch noch was anderes! Ahhhh! Ja! Komm, Junge! Ja, Junge! Danke, Ares! Danke, Junge! Ich hab den Deko! Nein! Komm her! Ah nein! Ich habe mich gerettet. Scheiße, Alter! Ich wollte ihn runterfechseln. Wow! Komm mal, Aras, erstmal die Schwächere. Oh yeah, Baby! Schnuppert an meinem Rektum! Ja, Brutus! Haben wir hier weg? Auf Deko! Was? Das ist nichts passiert. Was seid ihr? Oh, Aras! Ja, ja, nein! Wer rutscht? Schalt den anderen, Hans, auf! Weg mit dir! Und tschüss, Aras! Deko ist raus! Gar niemand, hab ich gesagt! Hilfe, ich hab Angst in meine Höschen! Hallo! Und weg mit dir! Ja! 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 Geil! Geopfert für Steam! Warum? Ja, der Brutus, das ist ein aggressiver Hund. Ist nicht so unsere Karre, muss ich sagen. Ist auf jeden Fall nicht so... Aber ich find's auch so lame, weil... Außer, glaub ich, bei dem allerersten von den Teilen, was wir gespielt haben. Ja, ja, ja. Wenn du dagegen fährst, es passiert einfach nix. Aber... Ich hab noch eine andere Karre vorbereitet, nach dem Brutus. Da wird sich das nochmal ändern, das kann ich dir sagen. Ah, ja! Deswegen lass uns jetzt mal eben schäfen, ne? Erstmal rasieren wir jetzt kurz. Ja, erstmal rasieren wir jetzt. Ah, ist wieder auf der Schlechreie. Erstmal wieder Deko schnappen. Hallo! Oh ja! Hallo! Nein, Marvin! Er rutscht runter! Danke, die Deko fürs retten! Oh, Marvin liegt! Marvin liegt! Anima, Anima, Anime-Fan. Shibin! Ja! Nein! Boah! Der Delict! Ja, dieser Scheiß-Eis, Alter! Ich hab das... Ganz knapp! Ganz knapp! Fast hätte ich noch... Wer warst, der ist da oben geblieben? Ich! Anime-Fan. Fast hätte ich Anime-Fan erwischt. Ey, das war aber eine schnelle Runde hier. Ich weiß nicht, der Brutus, ich kann mit dem nicht umgehen. Das ist nicht meine Karre. Wir... Wir lassen nur Vorsprung. Ja, natürlich. Sollen die wieder drei Punkte kriegen, dann rasieren wir wieder. Ohohoho! Ihr kickt noch! Ihr kickt noch! Ihr kickt noch! Okay! Aris, was hast du denn von Flawless Victory? Hm... Das wäre wirklich saftig. Aber ich glaub, so viel Glück kann man dann auch nicht. Ja? Wie gesagt, erstmal wieder auf der schwächere Glied. Auf Deko. Aris, der weiß schon, was los ist. Der schiebt's auf euer Lack. Ja, 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 ja! Ja! Sehr gut! Hahaha! Tschüss! Nein! Ich bin raus! Hier, hier, hier! Erste Katze! Erste Katze! Yes! Hallo Marvin! Hallo! Komm, Marvin! Komm her! Ich hab leider gerade in dem Moment alle mir Fan weggekickt, deswegen... Ja, ja, war ja auch... Das war ja... Ja, Aris! Uh! Aris! Aris! Komm her! Oh, Marvin! Marvin! Rasieren! Uh! Ja! 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 Alles chillig! Du schaffst das! Easy! Such die Spur! Komm jetzt! Nein! Nein! Ey! Das ist doch nicht dein Ernst! Das ist für eine Scheißkarre, Mann! Komm Marvin, gib Ehren voll auf, dann ist es vorbei! Ist so, spring runter! Nein! Aris! Oh! Ah! Unplayed! Oh, das war gut gemacht! Oh, das war gut gemacht! Oh, das war gut gemacht! Oh, nein! Oh, nein! So, der Ehrenpunkt für die Losers! Einmal... Einmal... Ein Clap für Marvin's 12 IQ Play! Und Aris, der sich dann ausplayen lassen damit! Ah, war das angenehm, ey! Oh! Okay, es ist jetzt schon mal kein 2-0! Ab jetzt, rasieren wir durch! Jetzt können wir verlieren! Ne, das war euer Ehrenpunkt! Genau! Drei Wins wollen wir sogar nur! Stimmt, drei Wins nur! Ja, das kriegen wir easy! Easy, oder? Easy! Los, lass erstmal auf einen gehen! Auf wen wollen wir auf Aris oder Anime-Fan? Ich sag auf... Auf einen! Tja! Und schau... Ah, schade! Never! Komm ran hier! Komm ran hier! Oh! 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 Aris! Aris! Komm, ab in den Ring mit dir Aris! Da! Da tanzt er! Hi Deko! Nein! Marvin! So, jetzt haben wir's Aris! Ey! Niemand hat Marvin irgendwas gemacht! Ich wollte ihn weghammern! Du darfst einfach niemanden weghammern, ey! Mhm! Oh! Ja! Was ne geile Vorlage, Mann! Bitteschön! Ja! Teamwork! Ich wollte eigentlich Anime-Fan in so einen Speed reinlocken, ey! Oh mein Gott, ey! Uiuiui! Uiuiui! Komm! Jetzt noch in der letzten Punkt! 3-1, ne? 3-1! Jo! 3-1, ja! 3-1! Okay! Ja, wir können euch doch gerne mal was schenken an dieser Stelle, ne! Eherige! Ja! Da muss man ja auch mal großzügig sein! Ich nehme gerne dein PC! Wann bringst du dir vorbei? Ja! Ähm! Ähm! Hallo! Äh! Doch! Klärt das mit eurem Management hier, passt auf! Äh! Der Dude, der braucht nen Rechner! Läuft! Die fahren von mir weg! Die haben Angst! Bunz! Was? Niemand, Bruder! Niemand, Bruder! Da passiert einfach nix, Alter! Da passiert aber wirklich gar nix, das war ja richtig... Nein! Oh! Nein! Ja! Nein! 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 Junge! Stell dich doch hin, Junge! Warte, ich rette dich! Fahr rein, fahr rein! Das... Ah! Nein! Das war letzter Sekunde, Alter! Boah! Aber Hauptsache rutscht einfach 8 Stunden lang auf der Seite! Oh, nee! Nooo! Digga, das war Teampail! Wie es im Loser ansteht! Ich hab Marvin aber auch nicht mehr auffallen... Ne! Leider! Ey, aber ich höre seit der Sekunde, wo ich Anime-Fan rausgelegt habe, war ich nur auf der Seite. Einmal am Loch vorbei und dann zurück und es ging einfach nicht rum, ey! Ich hab gehofft, dass du reinrutscht! Das war ehrlich letzte Sekunde! Oh! Danke, Marvin. Ehre, Ehre draus. Haben wir ja zusammen gelöst. Einmal in zwei Jahren müssen wir auch zusammenarbeiten. Man kennt ihn. Marc hat diesen Tag einen im Kalender als Lusorschen Freundestag. Man kennt ihn. Exakt. Ab jetzt immer der 1. März. Der Lusorsche Freundestag. Alter, das ist ja oh ja. Lass den Aarus in Ruhe, Marvin. Lass ihn in Ruhe. Ja. Aris, tschau, Junge. Da war der Deko wieder da. Ich sag doch, wir räumen jetzt Ahau. Oh, nein. Er hat überhaupt was. Möglicherweise habe ich verschissen. Hallo? Rundegewinner. So, wir wollen es ja nur spannend machen. Jetzt müssen wir mal aufdrehen. Marvin, Nüsschen, Kraulen. 3-3. Als ob es jetzt wirklich 3-3 steht. Ja, Jungs. Ich würde sagen, ich könnte jetzt nochmal hochschalten auf 3% Skill, aber ich bleib bei 1%. Ja, wir machen gemütlich. Ganz gemütlich, Leute. Was für ein Lava-Kopfer ist. Genau. Ich mach gleich hier Son Goku. Super Instinct, ey. Stattdessen trete ich in meiner Kindesform gegen euch an. Woohoo. Oh, nö. Hallo. Oh, nein, 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 nein. Hi, Marvin. Hi, Marvin. Dreh dich. Nein, Marvin. Oh. Dreh dich. Danke. Ich habe gerade ein bisschen Marvins Bäuschlein gekitzelt. Perfekt. Besten Dank. Ah. Nö. Nein. Oh. Das war wieder Teamplay. Nein. Das Junge. Oh. So, Adi-Fan. Sind die Nüsse schön schwitzig? Ich brauche Salz. Ähm. Kriegste. Oh. Das Salzwerk, es arbeitet. Hallo, wo seid ihr? Hallo. Hi, Marvin. Hi, Marvin. Schade. Aha. Ich dachte, ich habe mehr Power drauf. Ey, Junge, ich drehe jetzt hier einmal. Das kann ja so weitergehen. Hilfe. Mein Popo. Dein Popo. Ich habe Angst auf deinem Gesicht auffassen, meine Damen. Ach, zu schwach. Schade. Jetzt. Ich habe extra gedreht, Adi-Fan. Ist das dein Ernst jetzt, oder was? Da ist er. Da ist er. Hau ab, du. 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 Böller ist da volle Karacho rein. Nichts ist los, ne? Dieser Brutus, Alter, ist einfach zu krass. Richtiger Rohrkrepierer hier. Auch du. Auch du, Brutus. Oh, danke, dass du mich rettest, Marvin. Oh nein. Ehrenvoll, Marvin. Ehrenvoll. Errenvoll. Errenvoll, Junge. Ich bin schon wieder auf der Seite. Das kann ich dir dann sch- Nein! Das kann ich dein scheiß Herz sein, Junge. Schau sch- Ja, ja, ja. Nein! 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 E-Mail-In-Pro, Alter. Digga, du kommst, du legst einfach auf der Seite und er stellt sich nicht mehr auf. Warum du? Ja, okay, ich würde sagen, ganz klar, besser gespielt von uns, aber wir haben einen Punkt abgegeben. Weißt, was ich dann nur? Easy, klatsch. Bitteschön. Cotter Cut, zweite Map. Bitteschön. Kein Thema. Gönnt's euch. Ja. Jetzt gibt es die zweite Variante, jetzt nicht mehr mit der Brutus, sondern ein anderer. Nächstes Sumo-LTS, jetzt haben wir den Imperator. Ist übrigens jetzt das Sumo mit den besten Prozenten, ja? Schauen wir mal, ob die auch zu geil sind. Mit den besten Prozenten, ja? Ja, hallo, Prozenteuer. Alter, der hutscht ganz schön krass. Wow, der fliegt schon mal gut weg. Okay. Ja, nein. Marvin, pass auf, da kommt der. Hi Marvin, oh Marvin, oh. Das gefällt mir. Oh nein. Mir nicht so, danke Deko. Ach, schade. Aris, gemeinsam auf Deko erstmal. Wow, der dreht aber krass. Der dreht richtig rum auf Eis. Bei mir hat Deko gerade keine Felgen. Warum Deko nicht? Ich brauche keine Reifen, Junge. Flieg, Möwe, flieg. Nein, Marvin, aus. Hallo Aris, hallo. Flieg, Junge, flieg. Marvin, was machst du an meinem Popo? Hallo. Marvin. Hallo. Hallo Marvin. Ich habe mich reinpumst, ich habe Angst, dass ich beide rausschippere. Ja. Nein. Oh oh. Oh. Nein. Nein. Oh. Deko, falle um. Komm her, Marvin. Komm her. Ey, Junge, gib Gas. Ich will gerade ausfahren, Junge. Pass auf, hinter dir. Oh oh. Einmal mein Hinterteilchen angehoben. No. Saft, ey. Nein, au, ich bin ganz über die Kante gefallen. Wow, ah, so. Wow, wow. Hier. Los, vorsichtig, Deko. Nein, Deko. Nein, Deko. Nein, Deko. Oh, so. Oh, gerettet den Mann noch. Ja, Deko. Oh, schade. Auf sich hat Marvin einmal angestreichelt, Alter. Schon dreht er sich. So, wir haben Vorteil, Aris. Jo. Nein. Oh. Ah, ah, ah. Oh, schade. Hier fährt eine Tür im Kreis rum. Okay. Das ist, glaube ich, Aris seine. Alle fahren in der selben Richtung hier erstmal. Läuft. Ah, schade. Oh. Ja. Ja. Oh, oh. Ah, ah, ah. Nein, weg von meinem Hintertürchen. Weg mit dem. Oh, oh, oh. Ah, ah, ah. Ah. Ah, Junge, fall doch um. Frech. Wache mich, warum nicht du? Der wird so rum. Du bist ein Böwe. Hä? Auf geht's. Bei mir und meinen GTA ist gefühlt. Ich bin raus. Nein. Was? Nein. Mein GTA ist einfach ausgegangen. Ah, das ist der Backform. Von dem ich erzählt habe, Freunde. Ja, Spielerfort. G, G. Schade. Also verdient er sich, Aris. Es geht sofort weiter. Jetzt haben wir hier den Imperator. Mit dem können wir auf jeden Fall ein bisschen runterschubsen. Das wird funktionieren. Übrigens, die bestbewertete Snowball-Sumo-Map. Da fliegt der Aris, Junge. Da fliegt er. Boom. Und da fliegt der Ani mit dem Kopf. Oh, ah, der kommt nicht auf den Kopf. Kickt dich, kickt dich. Kickt dich. Los. Äh. Aris. Nein. Nein. Ja, Deku ist weg. Aris, ich brauche Hilfe. Nein. Ich habe mich einfach noch rausgekickt. Hör mal das. Nein. Come on. Da will ich Ani mit retten. Da gibt er mir leichte Schubs auf den Fall. Aris. Aber das war geplant. Wir haben gewonnen. Nee, was war das mit? Ich versuche Deku zu retten. Schon wieder, ich bin auf der Seite. Du kannst einfach nichts machen. Nee, wenn du rollst, nutzt du. So schlimm, Alter. Es war so geil. Ich habe versucht, dich zu retten, aber ganz knapp. Ja, ich glaube, es war zweimal, oder? Ja, aber es hat nicht funktioniert. Oh Mann, ey. Geil. Aber die Karre ist schon geil, der Brutus ist nichts dagegen. Wenn ihr spielt, auf jeden Fall mit dem Imperator. Hier passiert wenigstens was, Junge. Wow, gerade noch gerettet. Was ist los? Komm her. Oh, Deku. Was ist los? Ach, komm Deku, ich helf dir mal. Dankeschön. Dankeschön. Oh. Hallo, Dankeschön. Ja. Vorsicht, Deku, Ani-Fan hinter dir. Ja, weggekickt, den Lappen. Äh, was? Ich bin hinter dir, Mari. Ich stehe schlappige, oh, Lauch. Der lappige Lappen, hallo. Hi, Deku. Hallo, Lauch. Oh, oh. Komm her. Bleib hier, Möwe. Ja. 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 Die Möwe wird zu Katzenfutter. Oh, oh. Deku ist Katzenfutter? Ja, Deku und Möwe sind Katzenfutter. Oh. Digga, meine Möwe sind so fett, die fressen meine Katze auf, Junge. Wow. Oh, schade. Und tschüss, Deku. Und er liegt am Kopf. Nein, Aris, der Lack auf dem Kopf. Nein. Aris hat Deku gerettet. Unglaublich. Aber zu mir sagen, ich hätte Lack. Ist richtig. Oh. Wow. Nein, 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 nein. Hi, Marvin. Tschüss, Marvin. Ciao, Aris. Pass auf. Nein. Oh, schade, Aris. Gebeidet, Junge. Da riecht ja einmal ein Moschusdumt aus meinem Rektum und schon kommt er angeflogen. Oh, geil, ey. Wie er da richtig draufgegeiert hat. Das war schön. Das war schön. Also, du hast einen Vorsprung genug, Aris, würde ich sagen. Leider keine Scheibe vor dem Arsch bekommen. Hallöchen. Wow. Oder Aris, Vorsprung genug? Ja, ja, eben. Die sollen sich erstmal schön in Sicherheit wiegen. Ja. Einmal vernünftige Karren und ihr werdet rasiert, Digger. Wieder Gegner auf Wusch bestellt, ne? Ganz easy, Alter. So nenne ich die Folge. Gegner auf Wusch bestellt. Gegner auf Wusch bestellt. Passt. Aha. Pass auf, Wusch kommt vor dem Fall, mein Lieber. Und da liegt er erst schon, Koppels. Ich brauche deine Hilfe. Ich halte Digger auf Aris. Uh, nein, Digger, komm, nix. Ich war hier mitten drin, oben drin. Ich konnte nicht rüberkommen. Hi, Digger, hi. Digger, und jetzt ist Marvin schon raus nach zwei Sekunden, Alter. Aber sowas von easy. Aber, das heißt, Marvin hat recht, Aris. Gegner auf Wusch bestellt. Haben wir. Eindeutig. Na, komm. Digger wird das carryen. Abwarten. Ja, ja. Ist der andere Chaco? Der kommt jetzt von hinten. Pass auf. Hi, Digger. Easy, easy. Easy reingeweitet, Junge. Uh. Ah, schön. Die Star ist durchgerammt. Man kennt ihn. Und da ist. Komm, leg dich auf den Kopf. Ja, danke schön, danke schön, danke schön. Oh, was ist das? Digger. Was für ein Knapp, Alter. Das war alles geplant bis jetzt. Ne, ich mein Anni-Fan. Anni-Fan. Ach so. Oh, schade. Das war nicht geplant. Ich wollte nur retten, Aris. Hallo. Anime-Fan, na? Alter, war das geil. Bist du dich wieder bei einem Arschloch anlocken lassen? Hallöchen. Hallöchen. Oh. Warum nicht? Oh, nein, der hat sich gerettet. Digga, ganz easy, ey. Alter, Kloch. Komm her, du Muschi. Ich weiß gar nicht, wer du bist, Anime-Fan. Ich weiß gar nicht, wer du bist. So, Muschi. Fly wie ein Möwe. Pass auf. Oh. Ja, lass mich immer wieder richtig fahren, ey. Du musst der Hammer sein. Der Hammer. Ja, ich bin der Jamaika-Hammer, Alter. Sei der Hammer. Ach, das müsste Diko erstmal einen Hammer haben. Pass auf, Junge. Wenn mein Jamaika-Hammer dich trifft, dann weißt du gar nicht, was passiert ist. Ah, Diko, ja, Diko, komm. Ah, Diko, ah, Diko, ah, komm. Pass auf, Junge. Und tschüss, Diko. Ja. Nein. Komm schon. Machst du gut. Machst du gut. Ja. Ja. Nein. Er hat sich auf den Kopf gedreht. Nein, war so schnell. Tschau, Junge. Nein. Legt euch nicht mit dem Diko an. Er rasiert euch. Gegner auf Fisch bestellt. Wie war das? Gegner auf Fisch bestellt. Tinktong, Tinktong, Kunden-Support. Ach so, gibt's nicht bei Fisch. Hallo. Ah, ist das angenehm. 3-0. Wo ist euch denn? Cheers. Also, habt ihr schon angefangen oder ist noch Schlafmodus? Schlafmodus. Ich glaube auch, ne? Kommt mir sofort auf jeden Fall. Ich glaube, bei Anime-Fans spielt gerade die Katze. Und bei Ares ist gerade so ein Vogel reingeflogen. Der pickt gerade so ein bisschen die Essensreste von der Tastatur weg. Was steht denn drauf? Was erwachtest? Nur eine Ente. Partsum sprung in irgendwas. Oh, nein. Ares rutscht schon auf dem Dach. Ares ebenso. Oh. Nö. Ich fahre immer rund im Kreis so lange. Aber wir rutschen sind. Mach das nicht so. Mach das nicht so. Du musst die so von hinten. So. Nein. Marvin. Böser Marvin. Böser Marvin. Yes. Okay, nur noch Ares. Ares fürs Doppelpack. Oh. Oh. Puff. Ares würde Ares schon selber reinfahren. Oh. Puff gemacht. Hallo Ares. Ares war ein Klatsch mit den beiden. Nierpflicht da. Weiter gereicht. Und Tor. Alter, krass. Schön gerettet. Ares, schön gerettet. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Ares in den Müllsack. Nein. Oh, ja, ja, ja. Hol dir, hol dir. Oh, ja. In den Müllsack. Ares, ich komm von hinten. Los. Hol den, die Tiger. Hol den dir. Ah, schade. Er hat sich gerade gewundert. Ah, 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 ah. Er rutscht. Aber er ist ein göttlicher Fahrer. Was ist da schon? Er ist schon haram. Er ist schon haram. Boah, alter. Göttlicher Fahrer. Uuuuh. Nein, nein, nein. Ah, 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 ah. Rettet er. Ah, ah, ah. Wir sehen uns. 4-0. Ich höre. Was der scheißkalde Mann. Gab es das schon mal? 4-0? Nein. Ich glaube, jetzt kann man sagen, Gegner auf Wusch bestellt, oder? 4-0. Hör mal vor die Regenwürmer husten. Oh. Hallo. Ja, das nächste Mal müssten wir mal wieder eine andere Plattform aufsuchen, um Gegner zu bestellen. Aber das war auf jeden Fall jetzt ein ganz krasses Billigprodukt. Ihr geht trotzdem raus an Ars und Annel-Fan. In der Beschreibung natürlich verlinkt. Checkt ihr auf jeden Fall ab. Genauso wie die Map-Links. Bis dann. Reingehauen. Daumen nach oben aufsuchen, bei bei. Ciao, ciao.